hey willkommen zu einem neuen photoshop video mein name ist david und ich mache photoshop videos offensichtlich heute seht ihr ein neues speed art von mir diesmal habe ich ein bild genommen das wahrscheinlich jeder von uns im kopf hat einfach ein haus auf eine schildkröte zu platzieren so ein bild hat wahrscheinlich schon jeder von uns gesehen zum beispiel in so spielen wie god of war oder so aber ich habe jetzt einfach mal versucht selber auch so eine version zu machen aber bevor wir anfangen drückt doch einfach mal da unten auf abonnieren das wird mir sehr helfen und du willst auch kein video mehr verpassen also wenn du drauf gedrückt hast können wir auch schon anfangen ich zeig dir wie ich das gemacht habe so 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 so